Mein Name ist Didi Amo3, ich bin Lernende in der Garaventa AG als Polymechaniker im dritten Lehrjahr. Was mir besonders an der Garaventa gefällt, sind die vielen Projekte, die man hat. Auch als Lernende kann man zum Beispiel schon, wenn es in der Werkmontage eine gute Sache hat, zum Beispiel ein Laufwerk Asko anschauen mit dem Lehrmeister. Oder wenn man bei Teilen nicht herauskommt, was das jetzt genau bringen sollte, kann man den Lehrmeister fragen und er sagt einem nachher, wo das hergehört. Mir gefällt der familiäre Umgang in der Firma extrem gut. Ich bin Polymechaniker geworden, weil ich schon früh wusste, dass ich mal etwas Handwerkliches machen will. In der Oberstufe ist mir nachher klar geworden, dass ich etwas mit Metall machen will. Ich bin auch viele Prüfe schnuppern, zum Beispiel einen Metallbauer. Aber am besten hat mir doch den Polymechaniker gefallen. Aus diesem Grund, weil man am PC arbeiten kann und auch etwas programmieren kann. Wenn auch du Interesse hast, würden wir uns freuen, wenn du dich melden würdest, um zu schnuppern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Junge – – – – –